Die Vereine Herren vom All-Star-Team, wir bügeln euch glatt. Mach mit bei der Wahl zum All-Star-Team 2015. 42 Spieler der DKB-Handball-Bundesliga stehen zur Auswahl. Entscheide du, welches Team am 6. Februar in Nürnberg gegen die deutsche Nationalmannschaft antritt. Hallo Jungs, ich hoffe ihr wisst, das war nicht ganz ernst gemeint. Wir freuen uns auf euch. 6. Februar in Nürnberg. Bis dann.